Moin Leute, Paolo mal wieder für euch im Start und im heutigen Review präsentiere ich euch das Puma Team Shirt. Viel Spaß dabei! So, das ganze T-Shirt ist relativ schlicht gehalten. Wir haben es hier in schwarz rausgesucht. Ich fange am besten mal direkt mit den Details an. So ein paar Details sind zum Beispiel so eine weiße Streifeneinsätze am Ärmel, links und rechts, wie ihr schön sehen könnt. Außerdem haben wir noch das Puma Cat Logo auf der rechten Seite an der Brust. Sieht auch ziemlich cool aus. Sticht auf jeden Fall noch mal ein bisschen heraus. An sich ist das ganze T-Shirt, das ganze Team Shirt so in so einem Jersey Style gehalten, also halt wie ein Trikot der Stoff gehalten. Es ist 100% Polyester und an sich relativ atmungsaktiv. Da hinten auch noch mal so ein Mesh-Einsatz eingeschnitten ist, wie ihr sehen könnt. Und dadurch werdet ihr auf jeden Fall nicht so krass schwitzen in diesem T-Shirt. Und ja, zudem, was gibt es noch zu sagen? Wir haben hier ein Regular Fit. Das bedeutet einfach, dass es ganz normal eng anliegen am Körper geschnitten ist. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert unseren YouTube-Channel. Mein Name ist Paolo. Macht's gut. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.